Christina Henni teilt Foto, das sie eigentlich nicht posten wollte, Fans flippen aus. Thun, Schweiz, Neumama Christina Henni, 34, präsentiert im Netz ein Foto, das sie laut eigener Aussage eigentlich gar nicht posten wollte. Die Resonanz ist überwältigend. In der Regel zeigt sich die Let's Dance Profitänzerin in ihrem Instagram-Feed immer nur von ihrer Schokoladenseite. In diesem Punkt unterscheidet sie sich also nicht von anderen Prominenten und Influencern, doch jetzt hat die gebürtige Russin dieses Muster durchbrochen und überraschend einen Schnappschuss von sich veröffentlicht, auf dem sie sich ohne Bildbearbeitung und ohne Make-up zeigt. An der Seite von Ehemann Luca, 29, und der gemeinsamen Tochter genießt Christina aktuell einen Kurzurlaub in einem bayerischen Wellnesshotel. Während des Frühstücks wird sie spontan von ihrem Liebsten abgelichtet. Die Aufnahme zeigt die TV-Bekanntheit leicht verschlafen mit zerzausten Haaren am Tisch, dabei trägt sie eine Jeans und ein weißes Top. Mein Mann hat gesagt, ich solle das Foto unbedingt posten, verrät Christina. Let's Dance Star Christina Henni zeigt sich ungeschminkt, unbearbeitet, ungefiltert. So schön hast du lange nicht mehr ausgesehen, hat er mir gesagt und ich weiß genau, wie er es gemeint hat, schreibt sie weiter. Ungeschminkt, unbearbeitet, ungefiltert und ohne viel Chichi. Des Weiteren gibt die 34-Jährige unverblümt zu, dass sie den Schnappschuss ohne den eindringlichen Wunsch ihres Göttergarten wahrscheinlich nicht gepostet hätte, aber es war so ein schöner Moment. Deswegen, Voila, ist dieses Foto jetzt hier verewigt. Und ihre Fans? Die sind angesichts der natürlichen Schönheit der Tänzerin völlig aus dem Häuschen. Eine Usierin schreibt etwa, dieses Foto gehört sowas von hierher. So normal und wunderschön, wie wir es alle eben sind. Bitte mehr davon. Vielen Dank. Vielen Dank.